wenn er dann vier spiele dann dagegen gleichen gegner verliert und teilweise immer das gleiche du hast die chancen vor du kriegst dann das 0102 mal kurz gerade kurz am auto mal schauen ja 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 fragt ihr mir wenn wir loslegen sind? ja, ja, warte ja, let's go, komm von meiner Seite aus gehts 3000 Punkte 3000 Punkte und schon was von 300 na dann auf hey es ist... heute ist es der Wurm drin, muss ich sagen so schnell kannst du gar nicht reagieren, wie der an dir vorbeigezischt kommt der Ball ja, hat der gar keinen Verruf gemacht der hat 85 kmh drauf gehabt und dann ist der in der Ecke doch da einfach sauber getroffen ja, komm hier hin ja, ich dachte alter, will ich hochgefühlen mit den einen ich krieg den vorgeschossen, hey okay, fällt rein und da steht eigentlich schon wieder keinem Tor oh schön 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 ist eigentlich doch ne da wollten sie mit drei Mann auch nicht auf den Ball drauf das so sei das sie vier den die Und raus damit. Jetzt steht eine Verdenung. Klar. Schön gehalten. Und trotzdem fällt er noch ein. Ach, das bitte mal. Das ist so ein Dinger. Komm, komm, komm. Ah, scheiße. Nein. 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 Ja. Der ist fast. Schön. Glück gehabt, ey. Da bin ich einmal kurz zwischendurch. Genau, die Thomas und der. Und der macht da irgendwelche Sperenzchen. Das ist mir auch egal. Drin ist drin. Ach, wer? Nicht du. Nicht du, Thomas. Alles gut. Das war der Gegner. Der hat da was versucht. Ja, ich habe gerade den Scheiß-Boost und dann explodiert der Mächte. Ja, ja, ja. Schön gemacht, Baby. 3-3, sehr schön. Das ist gut getimed. Ja, gut gehoben. Ich war zwar ein Eigentor, aber dann war es egal. Ja, aber der war schwer einzuschätzen. Der wäre trotzdem drin gewesen. War gut angeroben, ja. War gut gelupft. Boah, ey, Junge. Ich bin nicht dabei. Meine Fresse. Wer kommt? In die Mitte? Mann! Alter, ey, zum Kotzen! Geht da, Ball vom Gegner ist drin. Nee, weil ich von diesem Idioten gerammt wurde, von unserem Tor bis nach vorne. Sorry. Ah, schade. Genau drüber, ey. Meine Fresse, gehst du mir auf den Sack, Alter. Drei Mal miteinander rammst du mich. Und dann explodiert dich. Das explodiere ich irgendwann. Boah, nee, ey. Alter, so ein Glückstreffer kann man noch gar nicht machen. Es zieht aber gerade die ganze, aber wirklich heute die ganze Zeit durch. Wir kriegen meistens vorne die Bälle nicht hin und dann fallen dann so Dinger rein. Wir waren echt dran an dem Spiel. An dem... Sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Und dabei lässt es euch die... Hab ihn. So, zumindest noch mal nur Anschlusstrefferin. Nur Anschlusstreffer. Komm, Leute. Das können wir noch mal. Ah, alles gut. Und dann nur noch über mich drüber, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Jeder Ball. Ist es egal, wie die kommt. Gute das an genau über mich drüber. Genau über mich drüber. Ja, ich wollte nicht hin, weil ich gesagt habe, okay, da kommt vielleicht noch einer, der mit einem besseren Winkel kommt. Und dann spielte ich den an, ey, Mann. Und der nächste, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ja, die schießen, egal wie sie drauf schießen, sie kriegen das Ding irgendwie noch hin. Der Ball, der rollt durch. 4 zu 7, ey. Jetzt bist du echt noch mal dran gewesen und dann kriegst du wieder zwei so blöde Dinger rein. Geh mir nicht auf den Nisse, Alter. Scheiße. Da macht man vier Tore und verliert trotzdem, ey. Ja, kriegst du dafür 7. Weißt du, wir sind jedes Mal wieder zurückgekommen. Du liegst 0,3, kommst auf 3,3 ran. Kriegst du wieder zwei Dinger. Du liegst auf 3,5, kommst auf 4,5 ran. Kriegst du wieder zwei Dinger. Jedes Mal. Das ist in jedem Spiel momentan echt die Kotze zum Kotzen. Also ich mach drei Tore hier mal aus drei Schüssen, dann kriegst du, wie kriegst du trotzdem nicht irgendwie gebacken. Ein Spiel, um ihn viel mal zu gewinnen, Leute. Das ist das fünfte Toneinander, was wir verloren haben. Kommt, Leute. Halt, ich mach dir vorbei. der eine von denen die ganze tue gemacht hat jetzt raus jetzt und ich habe jetzt portal die dritte ein anderes und dann wird sehr schön sehr schön ja dann machte muss doch nicht so gut gemacht egal wie das ding immer diese scheiß ab praller dinge die du nicht einfach nicht einschätzen kannst das zieht sich heute komplett durch die ganze zeit das sind nämlich komischen dinge die wir die ganze zeit kriegen ich gerade dann beim gegen zu tor ja 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 schade genau kev kommt heute die sind abgelenkt die stehen mindestens ein zwei von denen ruhig denn also rum das ist zum kotzen das ist echt zum kotzen gerade ich will gerade den ball ab werden da explodiert der mich der wichser ja der spot der mit auf den sack geht dann spricht er da noch rein und er geht auch noch ein zu zweit gegen das auf dem spot bekommen kommt bitte ja kann man verlassen achten und er kommt schon wieder so komisch damit vorne marcus wer auch immer das ist die falsche richtung thomas ja der fällt natürlich auch rein damit hast du mich auch schön überspielt mit dem ball na egal passiert kommt was drauf bin aufgehalten das ist alles nicht so viel auf die fresse er ist drin mit ansage dann nehmen wir nur mit der tippen dann kommen wir nur mit der tippen Doch, Mann! Schade, schade, schade. Los, Kev! Ja! Ja! Wir müssen doch mal wenigstens ein Spiel heute gewinnen. Ja! Ich versuch's. 4-4. Aber da darfst du nicht nach dem Ausgleich und nach dem Rand kommt, dann kriegst du so ein Ding kassieren. Geh weg. Letzte Minute. Ich hab ihn... Aber nicht rein. Nur in die Latte. Ja, ich hab's gesehen. Und dann wurde ich noch mal hinterher und dann hat mich einfach von denen explodieren lassen. Und wieder ein Tor. Es ist... Es ist zum Kotzen. Und ich kam auch erst zurück. Ich dachte, ich hab mal explodiert worden, ja. Jetzt mal nach vorne damit. Wenn er in die Kram kommt. Ist er drin? Nee, ist er nicht. Scheiße. Den hat er noch gehalten. Ich hab mir in die Richtung gemacht, aber... Boah, ey. Nee. Ah, vergiss es. Ey. Da wirst du von zwei Mann doch abgeräumt. Damit du auch nicht blöd in die Nähe kommst. Ich hab's gesehen. Wo ist die mit? Doch, du wärst du... ? Geh. So. Wo ben ich... Wo ist die mit? Wo ist die mit? Wo ist die? Wo ist die mit? Wo ist die mit? Wo ist die mit? Wo ist die mit? Was war ein Scheiße?